Servus Leute! So, wieder ein bisschen Oldstuff von VECO, COSER Logo, Altes Warenzeichen, Altes Warenzeichen, Altes Warenzeichen. COSER Bedart Nummer 3, Hersteller KINANAT F3. Backcover, haben Sie keinen. Dafür kriegst du zwei Frontcover. Immerhin. Oh, das sieht auch noch gut aus. Da könnten wir eh noch einen Kreis machen, dass die letzte Nacht eins sind. Und nachgegangen, oder? Hast du, was ich da gesehen habe? Da ist das Übergangslagot drauf. Oh, ja. Aber schon. Wahnsinn. Schauen wir mal, ob die jetzt bei allen beiden gleich sind, weil ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Schauen wir mal, ob die jetzt in der Hand. Ja, so schauen Sie ja das. Das Übergangslagot, ganz winzig. Ja, der Leisen tut das, glaube ich, an jeder Schwan. Doppelt gestopft. Interessant. Aha, das ist schon da gut. Ich habe die Wahrheit alleine geschehen zugemacht. Unkaufbahn. Schnippel. Der war nicht mit Zischen. Ja. Das ist aber nichts. Aber geschnipselt hat er. Ja, auf alle Fälle, ja. Ja. Gut, aber läuft noch. Ja, aber nix. Ja, wo auch nix. Naja. Au, Achtung. Oha. Wolltest du nicht rumkriegen? Dann wirst du rumgefragen. Warte mal da noch. Ah ja, die schauen anders aus. Die anderen sind echt andere. Stimmt, ja. Dann probieren wir die einmal. Die haben wir was, Alte. Naja. Haben wir jetzt von der Verpackung her optisch gleich ausgeschehen, aber die echt andere schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob die besser sind. Auch nicht gerade so. Aber auch wieder in der Zwischenheit. Der war nix. Das ist nix. Vielleicht liegt es am Alter. Ja, das passiert nicht. War nix. Ja. Nee. Der war witzig. Nein, das ist noch nix. Nein, leider. Das ist wohl nix. Aber oft ist es halt so im Leben. Was soll ich mir da? Also, bis zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal.